Hallo, wie man Wicca ins tägliche Leben einbringen kann. Ich habe mir da so ein paar Gedanken dazu gemacht. Basieren tut die ganze Idee hier auf einem uralten Video von Azura Dragonfeather. Ich habe ihn aus diesem Video gesucht, weil ich es gerne unten verlinkt hätte, aber ich habe es nicht mehr finden können auf ihrem Kanal. Ich weiß auch nicht mehr, was der Titel von dem war, aber sie hat in irgendeinem Video vor Jahren, das ist sicher schon drei, vier Jahre her oder so, wenn nicht noch länger, mal darüber geredet, was sie so macht, um im täglichen Leben am Ball zu bleiben, um das so ein bisschen in den Tagesablauf mit einzubringen. Und ich fand das damals voll spannend und jetzt habe ich so überlegt, ja, mir sind da auch so ein paar Sachen in den Sinn gekommen, die ich gerne weitergeben möchte. Ganz einfache Dinge, aber vielleicht denkt man einfach oder beziehungsweise man denkt halt oft einfach nichts dran. Also vielleicht kann ich jemanden von euch inspirieren, das würde mich sehr freuen natürlich. Schreibt da auch eure Tipps unten in die Kommentare. Ich finde das immer super, wenn die Kommentare dann so ein großes, eine große Sammlung an Wissen werden. Auch so, was ihr macht im täglichen Leben, ob ihr da irgendwelche speziellen Abläufe oder kleine schnelle Rituale habt. Ja, den Kanal von Azura verlinke ich euch trotzdem in der Videobeschreibung, weil sie richtig gute Videos macht, zwar auf Englisch, aber richtig gut. Also, für jeden von euch, der Englisch kann, schaut sie euch mal an. Sie ist eine von meinen absoluten Lieblings-Youtubern. So, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist täglich eine Karte ziehen, beziehungsweise regelmäßig. Ich mache das nicht wirklich täglich. Ich habe das, also manchmal habe ich so Phasen, dann mache ich es wirklich täglich. Dann mache ich es mir wieder eine Zeit lang nicht, und dann mache ich es wieder so drei-, viermal oder auch nur zwei-, dreimal die Woche. Damit meine ich halt einfach so Tarotkarten oder Arakelkarten, dass man einfach jeden Tag mal so am Morgen oder am Abend her geht, die so ein bisschen mischt und sich dann eine für den Tag zieht. Ja. Das ist übrigens auch eine super Methode, um die Karten ein bisschen besser kennen zu lernen. Man kann das bei Tarot auch machen, wenn man sich jetzt, wenn man das ein bisschen mehr lernen möchte, also die Karten kennen lernen und dann jeden Tag so eine Karte zieht und sich zu der vielleicht auch kurz was durchliest oder einfach ein bisschen mit dieser Karte nachdenkt, dann lernt man so recht gut mit den Karten umzugehen. Also man lernt das ein bisschen besser kennen. Also hat viele Vorteile, wenn man das macht und es beansprucht nicht wirklich viel Zeit. Kann man halt auch mit Orakelkarten machen, mache ich auch manchmal mit Orakelkarten. Das nächste, was ich aufgeschrieben habe, sind tägliche Chants, Gebete, Sprüche, Aufsagen, wie man es halt nennen möchte. Ich sage eigentlich meistens Gebete, also ähnlich wie die Gebete, die man aus dem Christentum kennt, nur halt mit einem anderen Inhalt. Ich merke, das tut mir sehr gut, wenn ich das jeden Tag einmal mache, so meistens morgens, dass ich mich, bevor ich halt aus dem Haus gehe oder gleich nach dem Aufwachen auch, dass ich mich mal kurz vor meinen Altar setze und entweder im Stillen oder laut irgendwas aufsage oder mir halt denke, irgendeinen kurzen Spruch. Ja, ich kann es weiterempfehlen, wenn ihr da Lust drauf habt oder das zumindest mal auszuprobieren. Ich habe mir dafür, also für solche Sprüche und Chants habe ich mir hier so ein kleines Büchlein angelegt. Da kann man noch so ein bisschen den Notizbuchschriftzug erkennen und da habe ich mit Nagel ein Pentagramm drauf gemalt. Wunderschön, ich weiß. Dieses Buch habe ich schon sehr lange und da schreibe ich Dinge rein, beziehungsweise halt so kurze Sprüche rein. Oder auch, wenn ich selber mal einen schreibe, das mache ich relativ selten, weil ich nicht so der große Gebete- oder Gedichteschreiber bin, aber ja, alles so ausgedruckt, abgeschrieben. Ja, verschiedene Dinge so. Was mir im Laufe der Zeit begegnet ist an Gebeten im Internet, habe ich mir alles hier rein, reingetan, reingeschrieben und ja, finde ich sehr angenehm, dann morgen ein bisschen durchblättern und sich was raussuchen, was einen gerade anspricht und das dann einfach so aufsagen. Das ist jetzt auch schon so ein bisschen übergreifend mit meinem nächsten Tipp. Das wäre nämlich gewesen, sich einfach morgens oder abends oder zu Mittag, wann auch immer, mal kurz vor den Altar setzen und sich vielleicht einfach eine Kerze dazu anzünden. Das lässt sich nämlich super verbinden mit einem Gebet oder Chants. Chants, für die, die es nicht wissen, sind übrigens so gesungene Sprüche. Also, was könnte man denn zum Beispiel nehmen? Ja, ich schreibe euch hier mal so ein paar Beispiele für Chants auf. Ihr könnt auch auf YouTube suchen hier und euch die anhören. Ich finde es sehr angenehm, auch manchmal sowas so ein bisschen singen. Egal, ob man jetzt singen kann oder nicht. Es hört einem normalerweise eh keiner zu. Ja, einfach mal vor den Altar setzen und ein bisschen innehalten. Das muss nicht ewig lang sein. Das können nur zwei, drei Minuten sein. Aber ja, ich glaube, so ein bisschen Stille ab und zu tut uns allen ganz gut, auch wenn es nur wirklich kurz Zeit ist. Das muss ja nicht lange sein. Weil oft ist man auch so ein bisschen übermotiviert, würde ich jetzt mal sagen. Und nimmt sich so große Dinge vor, wie zum Beispiel, keine Ahnung, mal eine halbe Stunde meditieren, was für viele sehr lange sein kann. Und dann macht man es nicht, weil es halt so eine große Aufgabe für einen ist. Und da finde ich es einfach besser, sich das ein bisschen kleiner zu halten, so dass man es halt wirklich regelmäßig machen kann. Das letzte, was ich aufgeschrieben habe, ist was ganz einfaches. Und zwar ein Buch zu Wicca lesen oder Magie oder irgendwas so in die Richtung, wo man das Gefühl hat, das könnte einen weiterbringen. Weil wenn ich lange nichts gemacht habe, dann habe ich so das Gefühl, wenn ich wieder anfange, irgend so ein Buch in diese Richtung zu lesen, dann... Ja, es fühlt sich einfach so gut an. Es fällt mir schwer, irgendwie in Worte zu fassen. Ja, jedenfalls. Bücher, finde ich, sind ein super Weg, um das ins tägliche Leben zu integrieren, weil Bücher lesen kann man überall. Dazu muss man nicht zu Hause sein. Ich lese oft beim Busfahren, wenn ich nachmittags von der Arbeit oder abends von der Arbeit nach Hause fahre. Oder morgens auch manchmal, wenn ich Lust drauf habe. Man kann rausgehen lesen, man kann überall lesen. Und ja, ich werde euch jetzt auch einen Link in die Infobox setzen zu Buchempfehlungen von mir. Das sind jetzt allerdings nur Buchempfehlungen für Anfänger. Ich möchte auch mal eine Liste machen mit mir fortgeschrittenen Büchern, aber da bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Die Liste liegt auf meinem Google Drive Ordner. Den Link dazu gebe ich auch ganz gerne mal her, wenn mich Anfänger fragen nach Buchtipps, dann... Ja, einigen von euch habe ich den Link auch sicher schon zugeschickt, diejenigen, die mich mal angeschrieben haben. Und den setze ich jetzt nochmal in die Infobox für diejenigen, die es noch nicht kennen und die vielleicht ein paar Buchtipps... Buchtipps? So... von mir hören möchten. Ein letztes Ding, was auch entspannend ist, was man immer machen kann und was man super so ins tägliche Leben integrieren kann, ist einfach mal rausgehen. Den Punkt habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, das ist mir nämlich jetzt spontan einfach so eingefallen. Einfach mal rausgehen in die Natur, in den Wald, Waldrand, wo auch immer und sich hinsetzen. Und einfach mal hören, sehen, vielleicht die Augen zumachen und einfach ein bisschen da innehalten, still sein. Das finde ich auch einen sehr schönen Weg, um sich einerseits zu entspannen und andererseits... Es gibt glaube ich kein deutsches Wort für das, deswegen fällt mir das die ganze Zeit so schwer zu sagen. Daily Practice. Ne, keine Ahnung, ich kann es nicht übersetzen. Gut, also nochmal, ganz schön schnell zum Schluss aufgezählt. Ähm, täglich eine Tarot- oder Rakelkarte ziehen. Ein täglicher Chant oder Gebet. Sich mal kurz vor den Altar setzen und innehalten. Sich eine Kerze dabei auch anzünden. Ein Buch zum Thema lesen und in die Natur gehen. Das sind so meine fünf Tipps, die mir eingefallen sind, die ich an euch weitergeben möchte. Und wie gesagt, wenn ihr noch was habt, wenn ihr noch was wisst zu dem Thema, dann schreibt das unten hin. Das finde ich auch immer sehr spannend durchzulesen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!